Jo Leute, was geht? Ich bin hier wieder am Start, Leute. Ja, ihr wisst Bescheid. Ja, Leute, heute gibt's die Kid Boss Challenge, Leute. Was die Kid Boss Challenge, Leute? Die Kid Boss Challenge ist... Wir müssen den lieben Kid killen, also den Boss halt. Da habe ich auch gerade den Kid Skin ausgewählt und dann den Tresor holen. Und wenn wir, Leute, wenn wir die Pumpkan haben, haben wir die Challenge gewonnen, Leute. Also, Leute, lasst alle einen Daumen nach oben da, dass wir die Challenge gewinnen. Weil sonst... Was passiert sonst? Könntest du überlegen? Äh, ja, äh, nix, Leute. Vergesst es einfach. Äh, ja, Leute, wir haben drei Anläufe. Und jetzt, Leute, weil ich wollte so einen auf cool machen und dann so machen. Sonst verlieren wir die Challenge und dann wollte ich so machen. Das war für Kid sehr, sehr frustrierend. Ja, Leute, aber ich bin ja nicht cool, darum... Hat's auch nicht geklappt. Komm her, was, hä? Was sind deine Probleme? Komm her, was... Hä? Leute, ja, wieso glitschen... Lol! Wieso glitschen die alle so? Also, Leute, wir müssen zu Caddy Corner. Leute, wir haben drei Versuche. Ich bin richtig gespannt, Leute. Mal schauen. Also, wir fliegen sehr dicht daneben. Leute, wenn wir die Pumpgun haben, gewinnen wir, Leute. Das wäre auf jeden Fall nice, wenn wir die 10 Likes schaffen. Oh, Leute, das ist nicht gut, dass er gleich am Anfang ist. Das ist nicht gut, weil es springen ein paar raus, Leute. Ich seh's schon. Das gefällt mir nicht so, Leute. Aber egal, Leute, wir werden diese Challenge reißen. Wir reißen sie, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wir reißen sie. Und der bugt immer noch so. Nice, Leute. Richtig nice. So, Leute, jetzt müssen wir. Let's go. Komm, komm. Oh, das gefällt mir nicht, dass so viele dort sind. Leute, ich bin euer Boss. Glaubt es mir. Er hat den Ninja-Skin. Let's go, Leute. Ich hoffe, da ist jetzt einfach eine Waffe, Leute. Hä? Lol, wir teamen, Leute. Lol. Nein. Ah, scheiße. Okay, Leute. Nein. Er kämpft kaum schafft das noch. Ja, Ehre. Er hat mich leider gekillt, Leute. Okay. Ich dachte, es wäre der Ninja, Leute. Ich dachte, es wäre der Ninja. Ja, wir haben geteamt. Ja, Leute. Erste Runde. Verkommt. Egal, Leute. Ein bisschen frustrierend. Ach, ich hätte mit dem Walter geteamt. Und dann hätte ich ihn irgendwann hops genommen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Auf jeden Fall richtig nice, Leute. Wir fangen jetzt die zweite Runde an. Wieso richtig nice? Das ist gar nicht nice, diese Kacke hier. Ich will endlich den Sieg und... Sonst, was passiert sonst? Keine Ahnung, Leute. Sonst lösche ich meinen YouTube-Kanal, Leute. Das meine ich ernst. Also, wenn morgen der YouTube-Kanal gelöscht ist, dann wisst ihr ja, wieso... Also, da wird wahrscheinlich das Video gar nicht mehr erscheinen. Okay, Leute. Ich labere die ganze Zeit nur so eine Kacke rum. Ich bin nämlich auch das. 34er! Heieiei! Bro, bist du mit mir Teamman? Ah, der war süß, der Ninja-Skin. Der war nett. Beste. Was killst du, mein Freund, hä? Hä, was ist sein Problem? Komm her! Ja, komm, Digga, was? Komm, schau, wie viel 71er Headshot. Oh nice, Leute, jetzt... Jetzt könnte es gut sein, Leute. Die Kid-Challenge, let's go, Leute. Was heißt die Stadt da hinten, Leute? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall, weiter geht's. Oh, Leute, ihr wisst Bescheid. Erstmal genießt. Ihr könnt ruhig mal... Alle, alle Hashtag Gesundheit in den Chat, Leute. Alle Hashtag Gesundheit in den Chat. Alle, ich will alle Hashtag Gesundheit im Chat sehen, Leute. Alle, die bisher Gescheid haben, sind ihre Männer. Alle anderen sind Verräter, 31er. Och nee, da kommen tausende Menschen. Ey. Okay, der geht da hin. Dann gehe ich halt da hin, Leute. Nice, großes Schild. Ja, hi, Leute. Wo ist die Kett, Leute? Wo ist die Kett, Leute? Könnte ich ja mal einen Kett? Hm? Lol. Oh, ich dachte, Leute, gerade würde da mich holen. Leute, da habe ich jemanden gesehen, da. Fuck. Ja, hallo. Bist du echt jetzt Stress? Schau, wie Stress der will. Der will nur Stress, Leute. Und wegen ihm habe ich kein Schild mehr. Und keine Leben mehr. Ja, Leute. Ey, wenn ich jetzt an den Handlangen sterbe, Digga. Props gehen raus. Props. Hier rein. Danke. Leute, let's go. Weiter geht's. Komm, wir müssen das heute bekommen, Digga. Wir müssen das heute werden. Oha, Digga. Wie sie ihn zerstört haben. Da möchte ich jetzt nicht sein. Was? Och, Digga. Was für ein kleiner... Ihr wisst schon, was ich sagen will, Leute. Ihr wisst es. Scheiße. Ja, Digga. Holt ihn. Mach ihn kaputt, Digga. Mach ihn kaputt, Digga. Mach ihn. Digga, die Bot sind so los... Los da als ich. Ist so, Leute. Es ist die Wahrheit. Alter, wieso? Diese Kacke. Leute, wir haben nur noch eine Chance. Und die dürfen wir nicht vergeuden. Eine einzige Chance im Leben haben wir noch bekommen, diesen Kid zu töten. Wir müssen ihn holen. Wir müssen ihn holen, Leute. Wir müssen ihn holen. Jetzt, in dieser Runde. Wenn nicht, haben wir die Challenge verloren. Und dann muss ich meinen YouTube-Kanal löschen, was ich nicht mache, aber... Ihr wisst schon, Leute. Ja, okay. Ist okay, Leute. Ich kann auch was. Warten auf weitere Spiele. Der ist in 100. Bro. Halt. 4, 3, 2, 1. Go. Der ist... Der war der Erste da. Wieso springen die jetzt schon raus? Ist doch so unnötig. Aber, Leute, wir können irgendwann mal Pleasant Park gehen. Pleasant Park ist ja jetzt frei, Leute. Kein Wasser mehr. Ich bin gespannt, Leute. Ich hoffe, dass keiner zu Caddy Corner geht. Hoffe ich mal, Leute. Erstmal müssen wir jetzt ganz lange fliegen. Sind wir überhaupt da? Ja, ich mache jetzt schon einfach mal... Keine Ahnung, wieso. Aber ich will die Kiste da. Ich brauche die Kiste, Leute. Im Moment sieht es so aus, als würde da keiner landen. Was mir zum Vorteil kommt, Leute. Let's go, Leute. Gleich so. Bam, 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 bam. Let's go. Mach, 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 mach. Auf, 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 auf. Huuu. Lol. Beste Leben, Leute. So ist die Caddy da oben. Bitte sag einfach, dass sie da oben ist, weil dann habe ich die Challenge easy gewonnen, Leute. Bitte sei da oben. Bitte sei da oben. Nein, die ist da nicht oben. Was mache ich hier eigentlich? Was? Das ist der Dank. Das ist der Dank, Leute. Seht ihr, das ist der Dank. Das ist einfach nur der Scheiß-Dank. Okay, Digga, Salvensturmgewehr ist okay, Leute. Nein, 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 nein. So, und jetzt. Drei, zwei, eins. Go, go, go. Let's go, Leute. Leute, bitte sagt einfach. Das Caddy war's. Das ist der Dank, Digga. Das ist der Dank, dass das nicht da war. Aber. Okay, ich sehe gerade, dass die da Probleme haben. Das tausche ich jetzt natürlich da so. Let's go. Okay, Kit ist dort. Leute, mache ich das? Okay, wir müssen jetzt auf X gehen. Wir müssen jetzt auf X, Digga. Kit ist dort. Kit kann aber... Kit kann low sein, Leute. Jetzt sind wir alleine. Ja, okay, naja. Ja, okay, jetzt, Digga. Ja, Leute, morgen wird mein YouTube-Kanal gelöscht. Auf-Ansage, Leute. Junge, was ist das? Mann, Alter, sowas geht nicht. Alter, ich lass mich von Kit töten, diesem Lusch-Boss, Digga. Was ist das eigentlich am einfachsten ist? Junge, was ist das? Digga, ich schwöre, Jagd, Digga. Ich schwöre... Nee, Junge, ich schwöre, Leute. Das war's mit diesem Video. Check gerne mal mein Merch ab. Der ist nicht in der Videobeschreibung. Aber egal. Lass gerne mal dein Like da. Abonniert meinen Kanal. Aktivite-Glocke. Bis dann, haut rein und ciao.